In Vectorworks InteriorCut sind alle Werkzeuge für architektengerechte Grundriss und Raumplanung enthalten. Das Wandwerkzeug beispielsweise wird bereits mit unterschiedlichen Mauerwerkstypen ausgeliefert. Eigene Wandaufbauten können im Vorgabedokument gespeichert werden, hier rechts zu sehen im Zubehörbrowser. Wände können während der Eingabe mit Werten für Länge, Winkel und Abständen versehen werden. Hierbei lassen sich Werte auch per Formel eingeben, z.B. 1,2 m plus 3 m. Für die Innenwände wählen wir einen anderen Wandstil aus dem Menü aus. Die Tabulator-Taste zeigt jederzeit alle zur Verfügung stehenden Koordinaten an. Durch Setzen eines temporären Ursprungs kann eine Wand auch gleich beim Anlegen einen Abstand bekommen. Um einen Durchgang in einer Innenwand zu erzeugen, muss die Wand nicht unterbrochen gezeichnet werden. Wandöffnungen lassen sich jederzeit in Wände einsetzen und beliebig anpassen. Die eingesetzte Wandöffnung kann einfach in der Infopalette eingestellt werden. Die Infopalette zeigt immer die veränderbaren Werte eines aktivierten Objektes an. Durch die Schaltfläche Positionieren kann man den Abstand zu angrenzenden Objekten bequem und präzise einstellen. Übrigens können Sie auch alternative Einheiten jederzeit benutzen. Ist das Zeichendokument z.B. auf Millimeter eingestellt, kann auch einfach 3 m geschrieben werden. Vectorworks wandelt dann automatisch wieder in die Standardeinheit um. Schauen wir uns unsere bisherige Planung einmal in einer 3D-Projektion an. Die gerenderte Vorschau zeigt, dass die Wandöffnungen die Wände nun ausgespart haben und zwei Durchgänge entstanden sind. Natürlich sind in Interior Cut außer Wandöffnungen auch detaillierte Fensterobjekte enthalten. Auch hier lassen sich die Grundwerte wie Breite, Höhe und Brüstungshöhe in der Infopalette einstellen. Allerdings gibt es bei Architekturobjekten wie Fenstern und Türen noch viel mehr Details, mit denen die Infopalette aber sicher überfrachtet wäre. Daher gibt es bei umfangreicheren Objekten immer die Möglichkeit, die Einstellungen per Eingabedialog zu verändern. Hier können neben den Basiseinstellungen z.B. Brüstungsdetails und Fensterbanküberstände sowie Stürze und auch Heizkörper eingestellt werden, die anschließend für die weitere Planung in 3D zur Verfügung stehen. Alle Abstände und Maße lassen sich in klar gegliederten Dialogen eingeben und ändern. Gliederungen mit beliebig angeordneten Rahmen können ebenso detailliert vorgenommen werden. Dabei können alle gängigen Öffnungsarten eingestellt werden. Fenster und Türen können entweder per Drag & Drop in der Wand dupliziert werden oder z.B. mit dem Werkzeug Spiegeln an einer senkrecht zur Wand liegenden Achse gespiegelt und dabei dupliziert werden. Um die Planung zu vervollständigen, zeichnen wir nun die Gipskartonwände für die Innenräume. Dabei gehen wir genauso vor wie bei den Außenwänden. Mehrere runde Wände bilden den Eingangsbereich, in dem später eine Empfangstheke und ein Büro entstehen wird. Das Anlegen der runden Wände über Tangenten ist eine einfache Möglichkeit, beim Ziehen die richtige Form zu finden. Die Wände lassen sich mit dem Verbindenwerkzeug komfortabel zusammenfügen. Wir haben noch einige Wände, Fenster und Bibliothekselemente hinzugefügt und den Grundriss vervollständigt. Hier ein Zwischenstand in 3D. Zum Schluss fügen wir noch Boden und Decke ein, um für Schnitte, 3D-Animationen und Ansichten die komplette Struktur zu haben. Wie auch bei den Wandstilen kann der Bodenaufbau gespeichert und jederzeit mit dem Bodenwerkzeug verwendet werden. Der Boden legt sich automatisch zwischen die angeklickten Wände. Wir haben einen Farbverlauf als Grundfarbe für den 2D-Plan gewählt. Da der Boden mit den Wänden verbunden ist, wird er bei Änderungen mit angepasst. So zum Beispiel, wenn eine Wand versetzt wird. Wie wir gesehen haben, ermöglicht die InteriorCut 2011 Vollversion architektengerechte Raumplanungen durch integrierte Wände, Fenster, Türen und Böden. Aber auch ein ausgereiftes, leistungsfähiges Treppenmodul ist Bestandteil dieses Systems. Sowie viele tausende Zubehörobjekte wie Designermöbel, Schraffuren, Texturen und vieles mehr. Im nächsten Film konstruieren wir eine Theke in die Raumsituation. Verwärterung Schraffler 7. 9. 10. 11. 12. 15.